Wir werden heute alle Backrooms, Monster sehen in Roblox mit Broxy zusammen. Das wird sehr, sehr krass und wir können es auch in die verwandeln. Lasst ein Like und Abonnenten, guckt das Video bis zum Ende für das krasseste Monster. Und jetzt viel Spaß. Yo, yo, yo. Oh Gott, guck mal, wir sind in den Backrooms. Alter, ich sehe es schon hier auch. Guck mal. Hä, was ist das denn hier? Einsammeln? Das ist ein Gratis-Morph. Stimmt. Was? Das war einfach gerade... Da, pass auf, hinter dir! Ich weiß, ich weiß, sind das Dingens, ne? Alter, einfach Talking Ben. Hier gibt es jetzt mega, mega viele Morphs. Ich habe schon ein paar freigeschaltet. Ja. Ich habe noch gar keine freigeschaltet. Also, hier gibt es so Monster. Also, gibt es jedes Morph auch als Monster? Verste ich das richtig? Also, das Ding ist, pass auf, du musst halt immer... Wollen wir den hier in die Falle locken? Warte, was ist denn hier? Was ist hier? Yo, das war direkt ein Morph. Zeig mal, warte mal. Hä, wer ist das denn? Entity Five. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber ich glaube, wir können jetzt hier durch so ein Portal, ne? Mach mal an, da geht das? Ja. Oh ja. Und durch hier. Yo. Alter, jetzt sind wir in so einem geheimen Verlies. Ich weiß, ich weiß. Also, um jeden Morph freizuschalten, muss man immer irgendwas machen. Ja. Den muss man nicht so finden, den muss man schon wirklich sicher arbeiten. Boah, wie geil ist das denn gemacht? Warte mal, wir sind blind. Guck mal hinter uns. Oh mein Gott, du hast recht. Haben wir einfach übersehen. Den habe ich gerade echt fast übersehen, ne? So, sehr gut. Okay, dann hol wir mal. Das ist irgend so eine Ente. Das ist so ein Maskottchen, ne? So ein Entenmaskottchen. Oh, wo bist du? Okay, da. Kein Problem. Ah! Das ist schade, schade, schade. Ich bin da hinter dir. So, okay. Jetzt einfach rüber hier, komm. Dann schön jetzt hier. Ey, was glaubst du, was glaubst du ist das gruseligste Morph, was man hier finden kann? Ähm, ich glaube, ich glaube, das gruseligste Morph ist schon so der Zugfresser, muss ich sagen. Boah, stell dir vor, den findet man. Da drüben ist der, da unten wartet sogar ein Monster gerade, guck mal. Stimmt, das ist das Monster, was wir da vorne bekommen, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Oh mein Gott. Oha, also ich würde auf jeden Fall, hey, ich bin fast runtergefallen, ne? Boah, schön rüber hier und zack. Alter, wie krass. Ja, Mann, jetzt haben wir das. Jawohl. Hä, wie krass. Was ist das denn? Entity 3. Aber wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Wie kommen wir hier wieder raus? Ja, wir müssen jetzt hier einmal ganz kurz zurückgehen, so hier können wir nämlich hochklettern. Ah, okay, du kürzt hier mal ganz kurz ab, ja, passt, hier rüber, so. Und dann können wir, glaube ich, hier runterspringen. Ja. Und dann spawnen wir wieder an Anfang und dann kannst du hier durch die Tür wieder durchgehen. Ah, okay, gut zu wissen, dann let's go, zurück. Ausgetricks Assistent. Ey, aber krass abgeholt dann. Sehr gut. Warte mal. Hier müssten wir anscheinend die richtige Tür wählen? Die richtige auswählen? Wollen wir mal durch hier? Oh nein. Ach, die richtige Truhe. Oh nein. Er sagt, warte mal, er sagt hier die hier. Nein, er sagt die hier. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Doppelbait ist. Ich sag, die hier ist es. Mach auf. Hä? Ich hab eins. Ich hab eins. Oh mein Gott. Stimmt, ich hab auch eins. Mach das mal auf. Mach das mal auf. Das geht gar nicht, lol. Das geht gar nicht. Lol, das ist ja immer voll abchacken können, hier überall geht, kann man das gar nicht öffnen, außer die eine. Ach so, lol. Das war ja voll der Bait. Gut zu wissen dann anscheinend. Was haben wir hier? Lass mal hier gucken, so ein Tresor hier. Wo geht der, wo geht das hin? Oh mein Gott, ich bin reingefallen hier. Oh nein. Ah, hier ist, glaub ich, Dingens. Hier ist, glaub ich, der... Dieses Krokodil, ne? Ne, ne, ich glaub, hier ist, glaub ich, Patrick. Patrick? Hier ist, hier ist, hier ist Schreck auf jeden Fall. Oh, lol. Aber hier hat ihr auch Patrick gesehen und Patrick brauch ich noch. Hier, warte mal, ich kann das reinmachen. Hier, zack, Film reingemacht und jetzt? Genau, jetzt kannst du so dieses Tape reinmachen. Ja. Ich glaube... Da, Dora! Das ist einfach Dora drauf. Uh, ne, das ist, äh, Dingens, die Adventure Run. Ah, ja, das ist doch Dora, oder nicht? Oh mein Gott. Jetzt ist der Fels auf einmal weg. Hä? Das ist, das ist auch gerade dieses Lachen. Ja, ja, und ich hab auch da jetzt, wohl, auf einmal, steht hier, ich werd gejagt. Steht hier. Okay, ähm, ja, ich glaub... Alter! Oh mein Gott, der ist von Schreck, der Esel. Ich weiß, der Esel ist da auf jeden Fall noch. Leute. Vorsicht. Warte, schnappt ihr jetzt hier. So, ey. Oh, pass auf, da. So, jetzt war das Ding auf hier. Ah. Mach auf. Ich hab's aufgemacht, ich hab's aufgemacht, ich hab's gemacht. So, okay, ich bin durch. Und ich glaub, hier war irgendwo auch noch Patrick, weil ich brauchte Patrick. Oh, 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 oh. Durch hier, schnapp ich. Ja, es geht nicht auf. Oh, ich schreck. Es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Muss man die Holzbrette alle abmachen, oder was? Ja, na klar, da ist so ein Ding davor. Hä? Warte mal, ich bin jetzt hier gerade. Ich hab die Tür schon weg. Hä, die geht, das geht, das ist voll. Ich bin tot. Was? Hä, das ging mal mir nicht. Ich konnte die nicht wegmachen, diese Holzbretter. Das war ja richtig schlecht. Hä, ist der? No joke. Hier? Warte, ich bin jetzt hier jetzt schon quasi durch. Also, hier sind auf jeden Fall auch keine Morphs, die man so... Okay. Ich kann jetzt auch wieder zurückgehen. Okay, alles in Spannung. Ich komme wieder ganz zurück zu dir. Alter, ich konnte da nicht durch. No joke. War auf einmal verpackt oder sowas. Ich frag mich jetzt gerade, was wir mit der Kassette jetzt hier auf sich hatten. Hey, da war doch Dora, oder so Adventure, da lief doch auf einmal im Fernsehen. Ja, ja, hier, komm mal wieder zurück. Ja, bin ich, ja. Zack, zack, zack. Oh, wir können auch da hinten, guck mal, da geht es auch noch mega weit weiter, ne? Ja, ja, wir haben jetzt ordentlich was. Das war Schreck, das war Ratte. Hier, Dodge. Hier soll ein Dodge-Cop sein. Oh mein Gott. Guck mal, hier ist so eine versteckte... Wow. Hey. So eine versteckte Wand hier. Yo. Und hier ist ein Hammer. Können wir damit irgendwas kaputt hauen? In die Tür oder so? Warte mal, ich bin auch mal ganz kurz den Hammer. Wir brauchen anscheinend den hellblauen Schlüssel. Hier ist ja alles schon aufgehauen. Guck mal, das sieht so aus, als würde man... Oh Gott, da ist der Hund. Ja, ich weiß das. Ich laufe gerade vorbei. Hier musst du aufhauen. Da. Aber hier ist der Schlüssel, hier ist der Schlüssel. Ich habe ihn. Ja, und ich habe hier den Morph, den SpongeBob-Morph. Lol, was hast du denn da gesehen zum Aufhauen? Hier? Ja, da war so ein... Ach ja, stimmt, du hast recht. Ich schnappe mir auch ganz kurz den Schlüssel. SpongeBob-Morph, ja man, Alter. Versteck da einfach, ne? Schnell rüber, schnell rüber. Echt gut versteckt, ne? Willst du irgendwas übersehen? Nee, ne? Dann lass mal... Ne, ich glaube nicht. Dann lass mal hier durchgehen. So, und aha. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Haben wir am Start, dann wieder zurück hier. Okay, wo geht's jetzt? Warte mal in die andere Richtung, in die andere Richtung. Hier hinten lang, ne? Lass mal hier langlaufen. Was ist, warte mal, pass auf hier mit der Tinte. Das darf nicht berühren, nicht berühren. Ich weiß, ich weiß, die Tinte darf man... Oh, Alter, war das knapp, ey. Nicht berühren, so, jetzt die vorne war... Oh Gott! Ich weiß, hier war Flopper. Pass auf, pass auf. Flopper, komm, Flopper, komm. Alter! Hey, du hast es doch genau berührt. Komm schon, nochmal, nochmal. So, ich fixe das Ganze mal ganz kurz. Ja, ja, was haben wir repariert? Alter, was sollen denn alle sein? Was kommt denn hier alles noch, sag mal? Warte mal, hier, ich bin jetzt hier gerade bei so einem... Kann man hier sich noch so lang... Hier ist... Oh, hier ist Moth. Zeig mal. Oh, ja! Oh, aber ganz... Aber Punkt Echse, ne? Peppapick, Punkt Echse. Ja, Punkt Echse, auf jeden Fall. Alter. Oh, nein! Was hast du gemacht? Okay, warte mal. Sag mal, ich dachte, ich kann da drauflaufen. Natürlich nicht. Das sah so aus. Kann ich hier jemanden in die Falle locken? Ich seh dich mal, warte mal. Ich glaube, ich seh dich hier. Tu mal ganz kurz mal hier einen Flammbär fahr. Alter, kannst du schon... Hier ist so eine Rutsche. Zum Zugfresser geht's hier hin. Was? Was? Hier schon mal? Wo steht das? Wo steht das? Hier geht's zum Zugfresser, steht da. Wo, 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 wo? Komm mal wieder. Hier, hier, komm her. Hier, die eine der Rutsche geht zum Zugfresser. Oh mein Gott. Letztes Mal war die blaue Rutsche die falsche. Und jetzt kann man anscheinend die blaue Rutsche nehmen. Ja. Und zum Zugfresser... Wieso? Wieso redest du nicht mehr? Nämlich die blaue. Nein! Mann, zu spät. Ja, okay, also letztes Mal musste man auch die rote nehmen. Ich dachte, das ist die blaue vielleicht... Okay, dann lassen wir zur Rutsche. Aber was, letztes Mal auch der Zugfresser, der da direkt war? Nee, nee, da war ein anderes Monster, was ich mir geholt habe. Okay, dann rein hier in die rote. Okay, lass eine rote Rutsche. Rutsche. Ja, runter hier. Oh! Ah! Guck mal hier. Lol, da ist der. Guck mal, pass auf! Oh mein Gott. Alter, man kam da rausgepäst. Oh, ich nehme mir den schnell. Und ja, Mann, Zugfresser haben wir auch abgeschlossen. Ich habe einen Flammenwerfer. Schieß! Ich habe einen Flammenwerfer. Schieß, ich sehe das Feuer leider nicht. Aber trotzdem, krass. Kann ich da... Hast du den Morph schon geholt? Ich habe den Morph jetzt auch geholt. Okay, sehr, sehr gut. Lass den vorhin mal gucken. Warte mal. Da kommt man zurück, steht da. Okay. Hier vorne. Alter, wie unendlich groß sind denn die Backrooms? Hier ist ein Knopf. Oh, warte mal, hier kann man jetzt durch. Das kann man letztes Mal nicht. Ah, Leute. Okay, dann lass mal durchgehen hier. So. Oh Gott! Ey. Pass auf. Neuer Morph auf jeden Fall. Oh mein Gott. Alter, das war ein weiterer Sprung. Ey, das ist Shaggy, glaube ich. Das ist Shaggy von Scooby-Doo. Ja, Mann. Einfach Shaggy. Oh, nein. Kein Problem. Wir können wieder zurückgehen, glaube ich. So, durch hier. Zack. Ich glaube, für dich ist hier auch noch irgendwo ein Morph. Ja, irgendwelche, die ich noch nicht übersehen habe. Hier durch oder was. Ich glaube, du musst die richtigen Farben so quasi entdecken. Ah, ich habe jetzt... Ah ja, noch zwei Farben fehlen. Hier drüben. Warte mal, die habe ich noch hier. So, zack. Ja, ich sehe, eine Farbe fehlt mir nur noch. So, hier jetzt hier die letzte jetzt. Okay, das heißt, die ist an der Decke jetzt hier. Die ist an der Decke. Ah, lol. Gut gesehen. Danke für den Trip. Okay, jetzt ist es offen. Dann kannst du das Ding aufmachen. Oh, ja. Da ist er, da ist er, der Morph hier. Und was ist es? Ey, wer ist das denn nochmal? Pipi. Oh mein Gott. Brenn den. Zieh den an, zieh den an, schnell. Okay. Ey, der will nicht draufgehen. Wollen wir hier vorne... Oh mein Gott. Ey, du hast den, konntest den killen? Lol. Okay, wollen wir hier vorne langlaufen in dieses There's No Coming Back? Ja, ja, lass mal da reingehen. Vielleicht sind da wieder neue Morphs. Ja, wir sind wieder oben. Wir sind wieder oben. Guck mal, hier geht es auch noch lang hier vorne oder kommen wir da her? Ja, lass mal links langlaugehen. Hast recht, lass mal links langlaugehen. Hier ist ein grünes Schloss. Hier ist noch ein Morph. Oh Gott. Ach, der obere Morph, der kann ich gar nicht. Okay, ich komme hinterher. Warte mal, ich muss mir auch noch den Morph hier holen. Ich habe mir den gar nicht geholt gerade. Warte mal, okay, warte. Ich habe jetzt hier ein paar neue Morphs, aber es fehlen mir immer noch relativ viele. Wie fielst du Teletubby, McDonalds, Patrick? Ja, ich gucke auch mal hier. Oh, ich habe auch schon einige, ne? Alter, Teletubby sieht auch richtig cool aus. Ich bin in das Spiel reingegangen, Kaspar. In das Video? Oh ja, ich sehe es gerade, ins Videospiel hier, ne? Ich bin auch drin. Oh, jetzt müssen wir uns aussuchen, in welche Richtung wir gehen. Oh, warte mal. Warte, hier ist ein Fragezeichen. Ja, da hinten. Guck mal. Hier, da war auch was. Da war gerade ein Monster. Ja, ja, ich weiß, lass mal ganz kurz hier links rumgehen. Ja, was haben wir hier? Oh mein Gott. Was ist da? Oh Gott, Piggy? Ja, Piggy sind besser. Hier muss aber sein, hier ist ganz cool, lass mal durchchecken nach Morphs hier. Hier ist locker irgendwo ein Morph versteckt, ich weiß, da muss ja irgendwo sein. Oben, 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 oben. Denkst du oben? Check du mal oben, ich check mal ganz kurz. Ja, oben, safe, oben, safe. Achso, ich dachte, du bist gerade hochgegangen. Nein, nein, oben, safe. Oder im Keller. Aber hier muss ein blaues Schlüssel, hier muss ein blaues Schlüssel eingegeben werden. Ähm. Na ja, gut. Kommen wir nochmal draußen gucken. Warte mal, du musst dir den blauen Schlüssel irgendwo erholen? Ist ja vielleicht im Gemälde drin? Ja, hab ich mir auch schon mal... Oh mein Gott, der ist im Gemälde drin. Im Gemälde drin, ich wusste, dass hier was ist. Ich wusste es. Ey, wie krass ist das? Ich hätte echt nicht gedacht. Ich wusste, dass da was ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin was tot. So, dann lassen wir hier in die blaue Tür reingehen. Dann kriegen wir locker jetzt vielleicht irgendwie einen krassen Morph oder so. Oh, Peppa Pig, George. Ah, jetzt haben wir den anderen gerade bekommen, ne? Sehr gut, dann lassen wir wieder raus hier. Sehr gut. Und dann können wir noch weiterlaufen, ne? Genau, auf die andere Seite, safe. Okay, das heißt hier vorne... Abenteuer steht, und hier steht Echse oben drüber. Oh Gott, oh Gott. Ja, da kriegt man glaube ich den Sonic. Ach, da, den will ich unbedingt auch. Oh mein Gott. Hier sind die Liederne Schlüssel, bei mir. Hab, 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 hab. Ich lock ihn weg, ich lock ihn weg. Ich hol den mal ganz kurz. Oh, ich mach's hier auf die Tür. Alter. Ich hab den Liederne Schlüssel jetzt hier. Hier ist der Space Boy Morph oder so. Was wäre es das denn, Jake? Was ist der Space Boy Morph? Sieht aus wie so ein Space Boy Morph. Ach so, dieses Ding aus dieser Serie. Adventures Time oder sowas, ne? Ja, ja. Das ist ja der eine auch gerade gewesen. Wollen wir uns hier, ich will mir einfach ganz kurz nochmal den Sonic Pool Echse holen hier. Den meintest der jetzt hier irgendwo. Da kriegt man sogar noch so einen anderen, also hier sind sogar zwei Wege. Der rechte da war, glaub ich, nie was. Er sieht nicht, da steht... Oh mein Gott, da ist Sonic. Ich lauf durch, er ist hinter mir her, verdammt. Er ist richtig schnell, pass auf. Oh nein, oh nein, ich seh hier, ich seh hier noch einen Morph. Wow, er hat mich... Gotta go first. Ich hab's, ich hab's. Gotta go first. Ich hab's, ich hab's. Oh Gott, er kommt. Alter, der ist voll schnell gerade. Durch hier, okay, durchziehen, durchziehen. Ich guck mal, ob hier noch irgendwer versteckt ist, weil ich komm echt noch. Ich hab's hier noch viele Morphs, muss ich sagen, ne? Alter, das ist so krass, was es hier für viele Morphs gibt. Hier vorne. Irgendwo eine versteckte Ecke. Was ist hier denn? Sackgasse? Ne, die Ecke ist nicht versteckt. Oh nein, Sonic, komm, Sonic, komm. Okay, also krass, hätte ich nicht gedacht. Also ich hab nämlich noch ordentlich Morphs über. Ja. Die hier vorne irgendwo versteckt sein müssen. Das Backroomsmonster gibt auch noch, es gibt auch noch Backrooms Girl, ne? Seh ich gerade. Oh Gott. Oh mein Gott, Sonic. Was, wenn wir rechts rum gehen? Lass mal rechts rum gehen. Letztes Mal hab ich auch rechts rumgegangen, aber da war nichts. Hier ist Sackgasse, Sackgasse, Rückzug. Ne, hier ist rechts rum, aber hier ist Sackgasse. Achso, hier oder? Ah ja, okay. Ja, Sackgasse. Na ja, gut. Aber dann haben wir, glaube ich, hier alle Monster raus, ne? Haben wir alle Monster gefunden. Genau, lass doch teleportieren und zwar in den Spawn. Wieder nach Hause, ne? Spawn. Genau, in den Spawn rein. Und, warte mal. Was ist das hier für eine Maschine? Was ist, wenn man jetzt hier den Knopf drückt? Ja. Lol, für 300 Robux kannst du diesen Roboteranzug anziehen? Ja, ja, ich dachte aber, der Knopf bringt doch... Alter. Ich dachte, hier ist was versteckt. Oh, das wäre auch ein krasses Versteck. Das wäre echt mega krass gewesen, ne? Was ist das für ein Knopf hier überhaupt? Ähm... Bringt der überhaupt was? Der bringt ja gar nichts. Wollen wir mal hier rechts noch langlaufen irgendwie? Ja, lass mal rechts langlaufen. Also, pass auf, mir fehlen auch ordentlich welche. Also, hier müsste ich auch kein Patrick laufen, ne? Auch so, hier ist irgendwo auch noch Ronald McDonald. Also, hier müssen noch einige sein. Oh, ich muss hier ganz kurz den Teletubby. Wo ist der Geheimgang denn hier? Siehst du den hier irgendwo? Direkt da vor der Brücke. Vor der Brücke? Rechts. Ach, da, lol. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz rein. So, zack, rein hier. Und, ja, hier ist er. Ich sammle ihn ein und sehr gut. Ich habe ihn. Sehr schön. Ich komme jetzt gerade wieder zurück hier bei dem Elevator, weil man konnte jetzt hier... Ja. Wo bist du? Schnell, komm her. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Wie komme ich wieder hoch? Komm zum Spawn, komm zum Spawn. Okay, ich spaw mich hin, ja. Wir müssen jetzt hier in so einen Raum gleich rein. Da müssen wir uns zwischen zwei Happy Meals entscheiden. Und nur einer ist der Ronald McDonald. Ach, da kriegst du den Ronald McDonald. Okay, warte mal. Du bist jetzt beim Aufzug, ne? Irgendwo? Ja, direkt vor dem Aufzug. Okay, hier lang. So, ready, ja, sehe ich, sehe ich. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir hier das Ding aufmachen. Ah, ah, okay, machen wir, ja. Und jetzt geht anscheinend das Tor hoch. Und das müssen wir so entscheiden. Noi. Zwischen zwei Happy Meals. Ich hin und das rechte hier. Komm, zack, Alter. Ich habe mich jetzt entschieden. Das rechte ist es. Ja, ich muss linke. Und zack, Alter. Oh, es war das linke. Es war das linke. Das siehst du aber wieder. Das siehst du aber wieder daran, dass das einfach... Dass du gar nichts drücken konntest bei dem rechten, ne? Ja, ja, ich weiß. Da kannst du gar nichts drücken. Das Tor geht zu. Du, schnell, komm raus. Nein. Komm raus. Ich habe den, ich habe den Morph. Ja, ich habe den doch auch. Wie, du hast den auch? Ich habe den auch. Hä, du... Ich habe den auch, den Morph, den Ronald McDonald Morph. Hä, hast du den linken genommen? Ja, ja. Ich habe auch den linken genommen. Was ist... Wie hat man den rechten genommen? Was ist das hier? Ja, der rechte, der bringt ja nichts. Der rechte bringt ja nichts. Mach du das Tor wieder auf. Ich mache das Tor auf für dich. Komm mal raus hier. Okay, okay, sehr gut. Lass mal hier lang laufen. Dann fehlen wir noch. Hast du Reddy schon? Den Schlüssel musst du hier holen. Ach so. Ach so. Hier vorne. Ich habe mich gerade... Warte mal. Ich habe jetzt... Ich kann mich schon morpheln. Natürlich kannst du dich morpheln. Du kannst... Alter! Du siehst aus wie Reddy. Jetzt weiß ich gar nicht, wie er wer ist. Alter, wie du aussiehst. Guck mal, ich bin jetzt der Zugfresser. Alter, wie cool ist das denn? Jetzt können wir... Sogar mit den Beinen und so. Da kannst du so rumlaufen. Das ist richtig verrückt. Warte mal, ich will mal Dings werden. Warte auf hier. So, Reddy. Zack, habe ich auch Reddy am Start. Sehr, sehr gut. Oh, der hat das gesehen, dass ich in seinen Käsebau rein bin. Okay, was hast du da? Alter, Lightning McQueen. Wo musst du den denn her? Okay, komm, lass mal durchziehen. Warte mal, ich mache mir auch mal ganz kurz ein. Mir fehlt noch so fünf Sachen. Aber wo können die alle sein? Hier, das haben wir schon gemacht. Wie kann man sich wieder zurücksetzen? Da ist ein Knopf unten links. Dann kannst du drücken. Ah, hier, glaube ich. Lass mal ganz kurz hier lang gehen. Ja. Hier rüber, ja. So, zack. Uh, so, okay. Hier könnte man... Hier muss es noch irgendwo hingehen, ne? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht hier die Tür auswählen soll. Oh, komm, zack. Oh nein. Ben oder Cat. Nein, es war was Falsches bei mir. Auto oder Trainator. Oh mein Gott, es war doch nicht falsch. Es war doch nicht... Da ist was richtig krasses. Hä, wieso? Ich habe das schon gemacht. Ach so, okay, schade. Ich dachte, du hättest noch nicht gemacht. Ich wollte dich ein bisschen veräppeln. Also, echt. Oh mein Gott, ey. Okay, warte mal. Ich suche gerade noch andere Morphs, die ich finden muss. Aber ich finde die gerade nicht, ne? Fünf Stück irgendwo versteckt. Ich habe hier noch so etwas mit der grünen Tür. Was ist denn das für ein Gang hier? Lol. Komm mal zu diesen Rutschen hier. Siehst du das? Bist du schon rein in die grüne Tür hier? Hast du den grünen Schlüssel geholt? Ich glaube, ich war da schon drin. Aber ich glaube, dass ich noch irgendeine nicht übersehen habe. Oh mein Gott, hier ist das Backrooms-Monster. Oh mein Gott. Oh, wow. Das war knapp. Oh mein Gott. Warte, was ist, wenn ich jetzt hier lang laufe? Du bist jetzt gerade da durchgekrabbelt? Ja, und hier ist auch irgendwas. Warte, was ist das Backrooms-Monster? Das ist hier, ja. Sehr gut. Hast du den Morph schon? Habe ich jetzt, habe ich jetzt, ja. Okay, dann war da auf jeden Fall aber nicht mehr, ne? Ich dachte, das ist vielleicht noch was Neues hier, aber... Leider nicht, oder? Nicht in versteckter Gang oder sowas? Hier ist doch so ein Katzen-Symbol noch. Aber hier scheint nichts mehr drin zu sein, ne? Nee, anscheinend nicht. Aber ich weiß auch, beim Pool waren wir schon. Da ist auch nichts. Das muss aber hier irgendwo sein. Da hinten bei Floppy vielleicht lang? Das könnte auch sein, bei Flopper da, ne? Ich glaube, bei Floppy müssen wir nochmal lang gehen, ne? Bei Floppy war auf jeden Fall... Und hier die Tür, die hattest du gemacht, ne? Warte mal, ich laufe hier einmal ganz kurz nochmal die linke lang. Ja, ja, lass mal... Oh, warte mal, die Tür... Warte mal. Oh, ich glaube, ich habe jetzt vielleicht was entdeckt. Ich glaube, ich habe vielleicht was entdeckt. Ja. Ah, nee, war aber schon, oder? Oh nein, hier, der ist richtig. So, sehr gut. Hier, Schreck, welcher ist hier richtig? Ah, warte mal, komm mal, ich kann hier eine Tür aufmachen. Ja, warte mal, komm mal. Boom, ich habe Floppy geholt. Ach, hattest du Floppy noch gar nicht? Nee, ich habe Floppy gerade zerquetscht. Ach so, lol. Okay, ich mache jetzt hier mal so ein Tor auf. Komm mit hier. Ja, mach mal auf. Ich glaube, ich habe da locker mal auf übersehen, weil ich muss noch... Es muss so sein, ich denke auch, ich denke auch. Oh Gott, oh Gott. Pass auf hier. Oh Gott. Boah, das ist ja gar nicht meinst du was, ne? Oh Gott, kein Berühren, ne? Oh mein Gott, okay, hier. So, ich habe safe hier Patrick oder so übersehen, ne? Alter, was ist das für ein krasses Haus jetzt? Ich weiß, das ist richtig heftig. Wo geht das hier hin? Hier ist das Shrek. Ist hier noch was? Ist hier irgendwas, was ich übersehen? Hier muss irgendwo Patrick, glaube ich, da. Ja, Shrek. Okay, okay. Genau, da ist noch... Aber das Ding ist Shrek... Nimm das Brett jetzt hier. Ah, ah. Das Shrek ist jetzt direkt vor uns. Jetzt müssen wir hier rüber gehen. Aber ich glaube, ich habe da locker noch irgendwie so ein Patrick übersehen. Also, wenn du so ein Brett da hinbauen kannst, dann ist da garantiert noch was, ne? So, zack. Oh, den habe ich übersehen. Ich wusste, ich habe einen übersehen. Wie? So, zack. Das ist der hier. Lol. Oh Gott, warte, was macht den Schreckenfaxen hier? Ich habe gerade gesagt, ich habe ihn übersehen und du rennst einfach weiter. Oh, warte mal, warte mal. Oh, jetzt, okay, jetzt habe ich ihn auch. Sehr gut. Aber da ist doch Safecoil noch irgendwas, oder nicht? Ja, hier hinter sind noch welche. Die müssen halt irgendwo undercover versteckt sein, ne? Anders geht das nicht. Ja, ich weiß. Die müssen echt, also... Das Ding ist, davon ist doch nur eins neu. Ich muss irgendwie Patrick finden? Mir fehlt auch noch Spongebob.exe. Hast du den schon? Den haben wir eben eigentlich gefunden. Spongebob... Ah ja, stimmt, den haben wir gefunden, stimmt. Wir tun mal ins Portal rein. Ja, wir tun mal reingucken. Aber ich glaube, da war... Ne, hier war nichts, ne? Hier ist nichts, hier ist nichts, ne? Hier war nichts. Da oben haben wir schon geholt. Da oben ist auch so... Ne, da ist nichts, okay. Naja, aber auf jeden Fall trotzdem krass, was wir bisher gefunden haben. Ja, muss ich auf jeden Fall auch sagen. Also, ich würde sagen, dann suchen wir auf jeden Fall die anderen in der nächsten Episode. Ey, mir fehlt auch nur noch ein einziger, glaube ich, ne? Ein oder zwei fehlen mir nur noch. Was? Die fehlen noch richtig viele. Hä, ne, mir fehlt nur noch ein... Ne, stimmt, mir fehlen noch mehr. Nein, zwei war runter, die fehlen noch richtig viele. Ja, ja, nicht schlecht. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir haben die meisten Backlogie-Monster gesehen. Wenn ihr wollt, dass ihr noch eine zweite Partie von machen, dann lasst mir ein Like und auch ein Abo da. Tut mir den Gefallen. Checkt an, dass wir meine Videos aussehen. Bis morgen im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.